Oh, da sind noch einige. Oh, der eine ist hier lang gerannt. Da drin irgendwo noch einer. Ich wette, ich habe es irgendwann gleich versaut. Irgendwann steht einer vor mir hier. Wo ist denn der jetzt hingegangen? Steht der ja da hinten bei dem anderen. Ups. Oh, Flasch. Nein, nein, nein. Oh, ich muss hier weg. Toll. Jetzt hat er mich gesehen. Gehört. Weil ich wo die scheiß Flaschen gerannt bin. Was liegt da? Sehen die mich jetzt auch? Ich habe hier so eine Deckung da hinten. Ich übernehme die Führung. Ja, übernehme man die Führung. Headshot. Geht schon bald weg. Das ist doof hier. Treffe ich nicht. Nö, nö. Mach ich. Nicht mehr viel Mut. Oh. Ich verstecke mich. Jetzt reicht es mir hier. So. Da oben schießt auch einer. Das ist scheiße. Ich bräuchte mal ein bisschen Munition. Das wäre ganz geil. Er ist aber auch weit weg. Toll. Munition, oder? Oh, Heli. Äh, Pistolen-Munition. Oh. Gib mir mal die Knarre hier. Ganz genau richtig. Scheiße, das ist jetzt eine Schrotflinte. Die schießt nicht so weit, glaube ich. So, ich glaube, das ist der letzte da. Ach du Scheiße! Nee, doch noch nicht. Oh, die haut aber rein. Da liegt wieder ein Maschinengewehr. Oder ein Sturmgewehr. Meines ist ja dämlich. Wo ist er denn? Sollte es vielleicht nicht mit einem Eingang nachladen. Ha, Idiot. Hier kann ich nochmal, ach ja. So liegen das. Da ist ein Verbandskasten. Davon habe ich 31. Weiß nicht. Ach, wo halte ich das? So. Ich glaube, der ist hier drin, hm? Wenn er... ... tut. Fick dich! Ach so, nehme ich es dir weg. Hättest mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch! Genau. Scheiß-Gerl! Uwo Onion-Batter! Fick dich! War ein großer Fehler, im Halo aufzutauchen. Ach so, genau. Gehört einem Trahi-Jesi. Einem Feigling! Unsere Räder! Schwarze Gründen! Keinen weißen Gehäuchen! Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Ah, du bist nicht besser als er! Du Kette-Cousin! Du Schweinehundschwoll in der Halle! Beruhig dich! Ich soll mich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich fangen gehalten, eingesperrt, Tag und Nacht. Mich verprügelt und missbraucht. Ich verfluche dich, du Monster! Dich, wenn ich ganz so vermattete Sipschock! Er ist tot. Er ist tot. Er kann dir nichts mehr tun. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Bajam! Verrückte Haitianer. Was? Oh, oh. Alter! Die schmeißen Mollis! Molotovs hat Granaten. Mit Molotov-Cocktail-Zielen. Right-Button gedrückt halten. Werfen. Right-Button loslassen. Abbruch B. Weder Sprengladung mit RB im Waffenmenü aus. Ja, weil ich welche hätte. Oh mein. Motherfucker. Ich glaube, ich habe keinen mehr. Hier war doch kein Molli mehr, oder? Ne. Kacke! Ich stehe jetzt mitten drin oder so. Aha. Darüber soll ich? Oh, ist hier noch einer. Da unten im Auto. Neb ich mal die Knarre, die hier hinten drin lag. So. Die muss ich jetzt nicht alle umnieten, oder? Nö. Daneben. Ich suche Deckung. Oh. Du hast schwere Verletzungen davon getragen. Deine Gesundheit ist niedrig. Geh in Deckung, bis du dich wieder erholt hast, oder benutze eine Adrenalinspritze. Entdeckung gehen A drücken, Adrenalinspritze nach oben. Oh. Boah. Der hat einfach mal alles wegrasiert, da. Der Dreckskill soll brennen. Oh, das ist schön. Das ist gerade mal voll in die Luft geflogen. Ich höre dich zu dir, Schwarz-Lutian. Da ist doch ganz schön was los, ey. Und vor allen Dingen halte ich überhaupt nichts aus. Wie komme ich denn hier eigentlich wieder weg? Wie komme ich denn hier eigentlich wieder weg? Statt ein Benzintank. So wie da. Scheiße, wird die denn jetzt treffen, wenn ich dahinter stehe? Schießt der mir in den Rücken hier, oder was? Ach, da drin ist eine Heilung. Der geht mir richtig auf die Nüsse hier an. Und ich treffe ihn nicht. Der schießt mir auch was ins Kreuz hier. Boah. Geh weg, geh weg. Boah. Hier brennt der Arsch. War hier nicht irgendwo Gesundheit eben? Denk nicht darüber nach, der Schischi. Hier. Mal her. Man hat echt sau wenig Munition, muss ich feststellen. Für die Knarren. Jetzt stopp' ich dich. Wiesst du denn hier? Und was, der Sacker? Mir noch. Wiesst du stattet uns ab? Der Brett, der Dreckskerl. Der Dreckskerl. Flankiert. Junge. Mach mich unsichtbar. Uah. Hab ihn im Visier. Ausgeräuchert. Hoppela. Der saß ja noch da. Da hat der mir umgefallen. Alter, ist hier viel los. nach oben okay muss ich gedrückt halten ab und an die spritze bla 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 so position habe ich denn 13 schuss 20 schuss oder tausch und ein auto kommt da ich glaube das ist für mich ein fluchtwagen hey hallo bleibt noch stehen fahrt zu sammy auch sich so selber fahren los steig ein auf geht's ab zu sammy was ich dich aus alles frisch ja alles klar wie ließen mit barker wir sind zu einer einigung gekommen er wollte sterben und ich habe ja gesagt dann wird zurück zu sammy es wird so dermaßen happy sein diese scheiße mit den haitianern hat ihn schwer runtergezogen wenn die weg sind wird sich alles wieder beruhigen dann wird alles so wie es so ich sag ihnen seit Monaten dass wir sowas machen müssen aber bops naja ich weiß auch nicht manchmal glaube ich er hat das interesse an dem kram verloren wobei er nicht gewalttätig wird hat aber nicht mehr das interesse verloren ja klar ich frage mich wie es weiter geht nachdem du weißt schon ich erst recht nicht erklärs ob durch eine kugel oder die hand gott ist jeder muss sterben oder sicher aber alles will ich bete darum das kopf uns beide überlebt aber wenn nicht will uns jeder scheiße im rollo oder abkneiden ich sag ja nur wir sollten darauf vorbereitet sein darüber müssen wir uns im moment noch keine sorgen machen also entspann dich erstmal mit deinen großen plänen ok ja gut schon klar so die hätten wir hoffentlich kassandra wird ja auch noch nur solche rolle spielen die wir da befreit haben zufällig zufällig so wieder zu sammy spa fahren mal sehen was der so sagt jetzt grafisch ist es natürlich nicht top das spiel habe ich auch schon festgestellt aber ich meine das ist jetzt auch nicht gerade hässlich würde ich es nennen so hier sind wir richtig eine sache die linker nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte war dass es für einen menschen wie sammy immer wieder neue bedrohungen geben würde wie die haitianer und wenn ihm die einmal nicht ans leder wollten würden sich eben andere finden die ihm das leben schwer machten das hätte sich nie geändert und so ließ sich linkern mit samakano ein du hattest recht die haitianer waren tatsächlich bei der alten salzmine die machen uns keinen stress mehr warum hab ich dich nur dahin geschickt ich sollte das mal selber machen wo ist der unterschied das habe ich doch vor vietnam auch gemacht wahrscheinlich weißt es nicht gleich nach den nachrichten zeigen sie im fernsehen immer die namen der jungs die gefallen sind in vietnam ich hab sie gelesen jeden abend habe ich die liste gelesen und mich jeden tag gefragt wann da wohl ich will dein name stehen wird aber er stand da nie mir ist nichts passiert aber man hat leider nicht immer glück im leben früher oder später passt du einmal nicht auf und das war's dann was unternehmen wir wegen markano wir zahlen ihm sein verdammtes geld geht nicht anders wirft die lotterie genug dafür ab die lotterie nein aber sel hat vorhin angerufen er will dich sehen drüben im country club er sagt er hat einen plan im kopf wie sich das alles regeln lässt schwarze dürfen da aber nur als angestellte rein also es wird ihm nicht passen aber du kommst ja auf geheiß von sel magano wenn er dich sehen will kommst du auch rein ich wollte schon immer sehen wie der laden von innen aussieht und du wirst tun was immer sel will klar tu es für uns alle ja sir so so dann mal zum großen sel komm ich denn hier noch irgendwas kann ich denn eigentlich was in dieser wohnung hier noch machen vielleicht darf ich mich ja jetzt mal umgucken im keller war ich schon was hier ist ach das ist die haustür vorne vordereingang küche mal ein bisschen umgucken hier in der bude ok hier ist nichts weiter ich geh mal die treppe hoch da war ich glaube ich noch nicht da geht es nicht rein schade hier gibt es nicht weiter gut dann mal ab zu sel fahrmodus für ein realistisch realistischeres fahrerlebnis können erfahrene spieler die simulierte fahrt wählen schalte den fahrmodus im options menü unter spiel um nö lass mal ich will hier keinen fahr simulator haben ich will hier mafia spielen und gleich verkehrt rum jawohl vielleicht sollte ich ab und zu mal auf die minimap gucken da wird mir das nämlich mit strichen angezeigt das ist ein stückchen aber schön dass es hier nochmal unterschiedliches wetter gibt und jetzt ist es bewölkt und neblig ein bisschen jetzt habe ich schon mal eine Karre am Anfang muss ich zur Schottkragen klauen damit ich drei Jahre brauche um von A nach B zu kommen ja hier ist so ein im gesamten Spiel ist so ein so ein so ein Filter drüber dass die Farben nicht ganz so grell erscheinen ich finde das passt ganz gut zum Setting es gibt viele Leute die stört das ich mach mal hier ja einen auf brav lalala